Hallo, da ist Susi von Mental Love. Lob und Anerkennung ist für jeden Menschen total wichtig. Das hat Dale Carnegie auch wieder in seinem Buch geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Man will auch gelobt werden, man will wertgeschätzt werden. Man will, dass ein anderer sagt, mach super, was du gemacht hast. Oder ich schätze es total, dass du dir Zeit nimmst oder dass du das für mich gemacht hast. Und mir ist dieser Gedanke gekommen, waren wir gestern beim Autofahren. Ich muss zugeben, ich bin ein totales Landei. Also in Wien Autofahren stresst mich ein bisschen. Vor allem auf diesen Autobahnen mit den Abfahrten und so weiter, da bin ich nicht ganz entspannt. Und es war total viel Verkehr und ich bin aber trotzdem gefahren und habe es ziemlich gut hingekriegt. Habe ich da auch hineingereiht und Spuren gewechselt und was man da jetzt machen muss. Und bin dann im Auto gesessen und habe einmal laut gesagt, Susi, das hast du jetzt super gemacht. Also du kannst dir auch selber loben natürlich. Das ist ganz wichtig, weil der innere Kritiker ist manchmal sehr laut. Und auch wenn du das nur gedanklich machst und einmal sagst, boah, super, was du jetzt gemacht hast und bin stolz auf dich. Das ist ganz wichtig. Wenn du Fragen an mich hast, was mentales Training, was Flirttraining betrifft, wie man den Partner kennenlernt, was auch immer du für Fragen hast, schreib mir die auf susi.at.mentallove.at. Oder schreib einfach einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ich mache dir gerne ein Video dazu, der Frage. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.